So, da sind wir wieder. Wat? Alter, wieso speichert das nie vorher? Was soll das Spiel, hä? Erklären wir mal das. Machen wir halt so. Das Spiel ist echt komisch, die Speicherstände. Das sind echt die Speicherabschnitte. Das sind echt merkwürdig. Bei dem Spiel hier. Okay. So, das haben wir jetzt auch mal. Nach einer Minute. Das kennen wir schon. Feuer. Wieder Volt A drücken. Okay, das passt schon mal. Wieder Feuer. Wieder Volt. Wieder A drücken. Ah. Jetzt schon mal viel Eifer. Ah. Bis 16 und wo ist der Wichtler? Ich komm gar nicht hin. Wieder Level Up. Okay. So, was gibt's denn da noch für... Oh, das ist gut. Kann ich gar nicht. Ich bin noch Level Up oder nicht? Oder war das nur Anzeige Bug? Ich glaub ja. Gut. Dann geh mal halt da rein. Oh. What? Okay, das speichert immerhin hier. Ich hab' nicht da raus rumlaufen. Alter, was sind das für Viech? Viech ist ja Ratte. Gingste Ratte. Ach so, tot. Und das stand aufwertend verfügbar. Und schon war... Aber das geht ja nicht. Jetzt. Okay. Aber nur keine Vorteile. Ah. Okay. Das geht aus Level Elf. Schlaf, Dings. Ah. Ah. Hilfe. Ah. Okay, da kann man klittern. Kann man da... Okay, da geht's nicht. Ah. Ah. Wichtenkleidung. Kurz mal. Neue Waffe. Okay. 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 Die ist schlechter. Basketball ist besser als die Dartpfeilen. Hammer und Basketball. Korn. Wie kommand. Wie kommand. Kapuze. Ne. Wichtel. Heilige Schass. Dabei sehst du echt verdammt gut aus. Ich benutze das alles nicht. Ich benutze das alles nicht. Dann hab ich hier noch Klaunespuren. Pff. So. Vielleicht... Ne. OH! Ich würde gleich durchrennen. Soll ich gleich wieder langen Jetzt zurück Ah nee, warte mal Okay, das ist Doch, ich muss wahrscheinlich sehr langen Arbeit nach oben geht's nicht Kann ich sowas machen? Nein Ah, klar kann ich was machen Ach, das ist richtig, komm gar nicht weiter Ja, genau Erstmal Armee Machen wir die zwei hinten da Die sterben jetzt Und die kann man jetzt auch mit Feuer bekämpfen Jetzt heil ich mich kurz Habe ich noch ein Genug'n Mana Passt Alter Ich kann es nicht Ich kann es nicht Ich kann es nicht Ich kann es nicht Wirklich Ich kann es nicht Kommentier die ein bisschen Ja. das Spiel ist so genial 6. Combo was zerrissene keine Ahnung ich werde dich nicht wieder ändern ich will nicht was du mit mir machen Alter weg nein bitte nicht du könntest es einfach gehen du könntest nicht einfach gehen du könntest nicht einfach gehen du könntest nicht einfach gehen und anfangen zu Fragen du wirst jetzt sehen die richtige Kraft eines Unterpants nein jetzt hast du es geschafft es ist Zeit für eine reale Unterpants-Magic oh mein Gott ok der verdammt hm ich glaube ich kann gut einschlafen das Immunart komm leck mich doch einmal wieso sieht man das alles da oben will ich doch gar nicht sehen keine Giesel gut gut gegen Blitz natürlich nicht kurz mal wieder heilen komm wohl einschauen ne oh was wenn deine Waffe blinkt hm 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 memes vom mit dem den von dem der Jawohl, hat er schon nen kleine Magie wieder. Ne. Feuerstab. Hier Schwebemagie macht er. Und nichts bringt, hier mach mal was das macht drin? Ja. Wieder Feuer. Eier wieder. Ah, das ist doch eklig, ey, das. Wieder Magie. Daran schreien. Ja. Hallo? Ah, klar. Oh ne, ich hab mich glaube ich eingezogen. Boah. Ich hab's Feuerschein und da ist tot. Ja, Mann. Oh. 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 Albtraum Okay Ich glaube hier beende ich jetzt auf dem Part Ich mache hier noch einfach einen Keil, kurz nachschauen Ah Hä? Ah okay Ah hier bin ich jetzt auch den Part Wir werden Abonnier nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, ciao Ich glaube hier bin ich jetzt auf dem Part